auch stimmt Axt haben wir auch gar keine mehr und so kleine neue Axt kommst du uns haben wir ja dabei, ja passt stimmt das ist jetzt dauernd Nuru noch mal ändern wo wollten wir jetzt am besten hier fackeln? so, das machen wir mal weg man dafür hier Hölzen da auch, was ich sagen Aaaaah, komm mal nicht mehr raus gut dann halt so, hier passt so eine zwei Äxte, ist ja nie verkehrt ach, was soll der Geiz kommen? hmmm dann noch ein paar Spitzsacken bauen und ein paar Schaufeln, die kommen und dann ablagern so, hopp, und weg mit ihr, hopp, komm aufsammeln, genau so das noch weg, das noch weg das wegschaufeln hier, hopp, zack, 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 wow dann gehen wir jetzt hier ganz ran na komm, fackel da so ja, 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 ja so alles geklärt, alles abgeschlossen kann's kann's weitergehen so schade schade, schmutzern, aber gut naja, so schnell geht's da 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 ich keine Axte bei eine Tür zack 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 so zamm 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 passt wollen wir das noch machen hm ah die Schaufel können wir uns noch holen von unten ach stimmt Axt haben wir auch gar keine mehr bauen wir uns auch gleich mal eine neue Axt kommst du uns haben wir ja dabei, ja passt stimmt das jetzt da unten uuuuh noch mal ändern hm, wo wollten wir jetzt am besten hier fackeln an so, lassen wir mal weg machen dafür hier holzen hm hm da auch, würde ich sagen haben wir noch ah, kommt man halt nicht mehr raus ja gut dann halt so, hier passt so eine brauche mal gleich zwei Axte, ist ja nie verkehrt ach was soll der Geiz kommen hm 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 dann noch ein paar Spitzsacken bauen und ein paar Schaufeln, die kommen und alle ablagern so, hopp, und weg mit ihr ab, kommt aufsammeln genau so und hm 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 das noch weg das noch weg hm 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 das weg schaufeln hier öpp zack, 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 wow dann gehen wir jetzt hier ganz ran na komm na komm fackel da so ja, ja, ja so da da, da 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 da, da, da und da passt nee, nee, doch, doch stimmt, ja, ich was da quack da verweckte das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg und das und das da auch noch weg und das sowieso und das dauch So brauchen wir alles nicht mehr. Zack, 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 zack. Wir haben hier so einen Durchgangs. Ja, komm. Wie süß. Mal was ausprobieren, wie das aussehen wird. Da haben wir sie. So Stickys gehen auch ganz schön. Sechs müssten da reichen. Na komm. Ach so, weniger. So. Ha. Ja, ja. So. Hm. Soll da nur eins reingehen. Also wird das denn in Ruhe. So schaufel. So schaufel. Ui. Ui. So. So. Hm. Dieses Action da noch wegklöpsen. So, dann den. Hm. 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 So. 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 so dann kann man hier das rausreißen das rausreißen und das rausreißen und das und das noch so auf Falsch wechseln zack und zack und zack und zack ja 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 hat niemand gesehen hat niemand gesehen hat niemand gesehen leite zack zack das kann ja ruhig Erde bleiben eigentlich